Wer auf der Suche nach einem High-End-Heimkino-Projektor ist, der beeindruckt der Samsung SPLS P90 auf ganzer Linie. Mit seiner Triple-Lesetechnologie, 4K-Auflösung und HDR-Unterstützung verspricht er ein Kinoerlebnis der Extraklasse, doch kann das Premium-Modell die enormen Erwartungen auch erfüllen, wir haben den Lesebeamer ausführlich getestet. Schon beim Auspacken vermittelt der SPLS P90 durch sein massives Metallgehäuse einen edlen und hochwertigen Eindruck, das Highlight ist zweifellos das leistungsstärke Triple-Lesesystem mit satten 2801 Illumin-Helligkeit, damit projiziert der Samsung ein brillantes 4K-Win-HDR-Bild mit einer diagonalen bis 130 Zoll auf die Leinwand. Dank HDR10 Plus und HLG werden Kontraste und Farben nochmals deutlich aufgewertet. Die Konnektivität ist dank 4X-HDMI 2.0, USB, WL1 und Bluetooth ebenfalls hochwertig. Besonders praktisch ist der integrierte Triple-Tune für Kabel, DVB-2 und SAT-Empfang. So lässt sich der Projektor wie ein smarter Fernseher nutzen, inklusive Sprachsteuerung und Smart Home-Anbindung per Alexa oder Google Assistant. Im praktischen Einsatz zeigte SPLS P90 schnell, warum er zur Premium-Klasse gehört. Das 4K-Win-HDR-Bild auf 120 Zoll ist schlicht überwältigend. Die enorme Helligkeit von 2800 Lumen sorgt selbst bei Tageslicht für einen tollen Kontrast. Farben werden durch die HDR-Unterstützung unglaublich belirnt, lebendig und natürlich wiedergegeben. Die Schärfe und Detailwiedergabe sind dank 4K ebenfalls erstklassig. Dank des leistungsstarken 4.2-Kanal-Soundsystems mit Goofy klingt der Projektor auch ohne separates Soundsystem ansehnlich. Wer wert auf perfekten 3D-Sound liegt, kann ihn aber problemlos mit modernsten Atmos-Anlagen kombinieren. Dank des smarten Tizen-Betriebssystems, Sprachsteuerung und mobilem Streaming per Airplay oder Mirroring ist der SPLS P90 ein vollwertiger Entertainment-Projektor. Sogar Streaming-Dienste und der Internetbrowser lassen sich direkt aufrufen. Mit dem Premiere SPLS P90 liefert Samsung einen der besten Ultra-Kurzdistanz-Projektoren überhaupt ab. Durch sein Triple-Lese-System mit 2800 Lumen, 4K HDR-Bild und bis 130 Zoll Diagonale ist das Home-Entertainment-Erlebnis schier überwältigend. Smarte Features wie Streaming, Sprachsteuerung und Tune-Eingang runden das Gesamtpaket perfekt ab. Wer das Beste für ein erstklassiges Heimkino möchte, erhält mit Samsungs Lese-Projektor das ultimative Kinoerlebnis für daheim.